So, wir starten 7 Desert Tires mit der neuen Aufzeichnung. Also das ist jetzt der fünfte Blutmond. Kein Ton, keine Ahnung warum Karton ist, aber ich glaube auch das geht es erst. Start Blutmond. Wir gehen jetzt live. Das Spiel fortsetzen. Schon wieder 120 Mal gehen auf 60 Minuten, ganz normal, sonst dauert es ganz so lange, aber Abenteuerstandort. Den Rest schauen wir sich dann an, welche GameStage das ist. Ich werde es aber dann einfügen im Video, weil es eine Aufzeichnung ist auf YouTube. Wird hochgeladen auf Twitch. Jetzt wirklich nur der Blutmond, weil alles andere ist. Ohne interessant, wenn ich mich da herum quäle in der Landschaft und auf der Suche vielleicht. Den Händler könnten wir auch machen, aber sonst lassen wir es auch mal. Blutmond hat schon begonnen. Es ist bei mir glaube ich die letzte Aufzeichnung, die ich unterbrochen habe, ist irgendwas mit 22 Uhr 2 gewesen. Ab 22 Uhr beginnt nämlich immer der Blutmond. Ich muss dann schauen. Im Zuge natürlich dann im Spiel schauen wir die GameStage. Okay, zurück sind wir. Kein Blutmond. Dark 22 Uhr 8. Ein gesitterter Blutmond schon sein. So, schauen wir da rauf gehen. So, schauen wir da rauf gehen. Hoffentlich habe ich das mit den Fackeln passt. Jetzt ist das gesunde, habe ich keine Tür zu machen. Einschalten. Jetzt ist ein eingeschalten. Wo ist der Geier? Was wird das jetzt? Da kommt's. Da bitte reinkommen. Da bitte reinkommen. Das kann nicht alles sein. Irgendwo quälten sie sich herum. Ich finde es nicht. Das kann nicht alles sein. Ich habe vom Adlerwecker sich gehört. Ein gelber Sack zu Dordresen. Wo kommt denn du so wieder da hin? Wer darf verlassen? Nein. Da kann man rein. Da kann man rein. Das hat schon durchgebrochen durch die Tür. Ich glaube die sind schon durchgebrochen oder? Das ist mein Rätsel. Das ist mein Rätsel. Das kommt jetzt von da hinten her. Da ist einer. Da ist einer. Da ist ein Rätsel. Da ist ein Rätsel. Da ist ein Rätsel. Du bist schon dort. Da ist ein Rätsel. 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 Da muss es gewesen sein. Schauen wir gleich rein, was da drinnen ist. Was haben wir in gelben Sack? Ja, Foto können wir immer brauchen. Gelb können wir auch immer brauchen. Was ist denn da? 76 Schuss nicht mehr. Die verstecken sie doch irgendwo. Das gibt es ja nicht. Genau. Das war's! Jetzt warte ich damit. Wenn wir da reinkommen. ja die sind nicht so gut Kommt rein ohne, genau da hinten mit mir rein. Ich werde jetzt schon den Munizieren, oder was? Tum, Tum, Tum! so so Lagerlager-Nest Is anyone in the world? Jetzt habe ich keinen elektrischen Teilen mehr da. So, weg mit der. 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 Nachladen. So, weg mit der. Und nachdem dann? So, weg. So, weg routines. So, weg macht den Weg. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Da ist ein Springer. Da ist ein Gerächt. Da ist ein Gerächt. Das ist ein Gerächt. Oh, der Sprenger. Und nächste. Da muss ich schauen, warum die da drüben sind. Das ärgert mich. Ist das schon leer? Das ist ein Gerächt. Ja. Und eine Zone reicht. Das ist ein Gerächt. Das ist ein Gerächt. Das wird mir selbst sonst nirgends durchgebrochen. Was würde ich sagen? Ja, nein. Das ist ein Gerächt. Das ist ein Gerächt. Das ist ein Gerächt. Hier ist ein Gerächt. Das ist ein Gerächt. heben Es ist FIA, waaah! Und Wollah von der Halle um Da kommt's da rein. Da ist da in Gang. Da. Oh no. Irgendwie geopft da jetzt noch wieder davon. Komm. Komm. Weg mit dir. Jetzt einer klopft nachher rum. Wo klopft da wer? Wo kommst du denn Tusch wieder da her? Auf Wiedersehen mit dir. Das war's jetzt, oder? Ich bin nicht überreint worden. Nur ein paar sind wir trotzdem noch irgendwelche drüber gesprungen. Ich weiß aber nicht wo. Müssen wir dann nachher schauen, wo die reingekommen sind und wo die heraufgesprungen sind. Zumindest ist aber komischerweise, glaube ich, nicht der weg gewesen, sondern... Da holen wir's einmal los, was wir bis jetzt haben an gelben Sekten. Ich glaube, im 5er, das ist schon vorbei. Gehen wir raus. Oh, das reisen. Passt. Irgendwas muss ich loswerden. Das nehmen wir noch sicher zu werden, nehmen wir mit. Benutzen. Was zum Trinken, den wir benutzen. Da trinken wir auch noch ein bisschen Wasser, dass wir gesund sind. Jetzt haben wir wieder vier Plätze frei. Neutige Brille. Ja, okay. Was ist da jetzt weggekalt worden? Warte, die Knochen haben wir weg. Das heißt, wir müssen natürlich ausschalten. Sonst... Benzin ist eigentlich gut genau gewesen. Also da haben wir genug. Das war ausreichend. Messer habe ich mit. Messer habe ich mit. Passt. Machen wir so. Okay, komm, 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 steh runter. Ja, okay, wir lassen. 44 wieder zwei. Vier Gläser brauchen wir genauso. Das ist da. Oh, super, viel zum Essen. Ein Swathelm. Plus fünf. So. 2322 habe ich da, weil die habe ich nämlich gerodet. 75 Dinge. Die müssen wir... Die sind weg. Das geht sonst nicht. Ah, fuck. Ja, da geht's nicht rauf. Da geht's rauf. Da geht's rauf. Ich hoffe, dass das Ding nicht weg sind. Muss ein bisschen, ein bisschen... Ja, wo heißt das machen wir anders? Da legen wir... Wo ist mein Motorrad hin? Nein. Das hat da gepasst. Da sind sie schön. Nicht durchgekommen. Ah, wo ist mein Motorrad? Ja, wo soll ich denn schon wieder hingehen? Na, du Schweine. Jetzt brauche ich wirklich... Nein, ich lege es einmal da rein. So. Gehen wir ein paar Sachen rüber. Ich weiß nicht, wo ich mein Motorrad hingegeben habe. Fangen wir halt mit denen rüber. Vier was zum Essen. Muss die Schweine machen, die Hunde machen. Dann verkaufen wir den Rest. Ja, das muss jetzt reichen. Ja, das tut dir nicht weh. So, das Schweine nehmen wir sie mit. Die Hunde sind schon wieder weg. Okay, egal. Hauptsache, ich bin Schwein da. Ja, ein paar Sachen sind da, aber... Ich finde es aber wenig eigentlich. Für den Loot habe ich wirklich wenig genug. Besichtigungstour. Warte einmal auf, nachladen. War auch kurz ein kleiner Blutmond. Zwar viele Gegner, das wir arbeiten erwartet haben. So, das da ist mit... Okay, ganz wenig nur. Schauen wir mal da rein, jetzt da runter. Ein bisschen, dass man sich vielleicht abging, dass wir da besser raufkommen. Also, ich komme rauf. Von der Wende her ist eigentlich nichts gewesen. Da sind es eigentlich nicht wirklich durchgekommen. Da haben wir ja auch ein paar Stellen natürlich. Da viel Stellen. So, da war auch nicht draufgekommen. Da auch nicht. Da habe ich noch nicht... Das war letztes Mal, letztes Mal noch so. Ich glaube, die kommen da entlang rauf. Aber da sind es halt nicht durch gewesen. Da auch nichts. Das passt auch. Da passt es eigentlich auch alles vom Graben her. Bis wir es besser werden, das ist natürlich... Auf einer Seite ist es. Die sind super gewesen. Die vielleicht ein bisschen nach Vorsätzen. Das passt auch. Das haben sie auch nicht zerstören können. Das ist der Strom. Die Tartfalle. Schauen wir mal gleich, wie viel Tart das versch... 146 zu 500. Da ist einmal nichts verschossen worden. Da ist auch nichts verschossen worden. Da ist auch nichts verschossen worden. Gehen wir die Psao. Gehen wir die da rein. Irgendwas funktioniert nicht. Ich habe, glaube ich, gesehen, wie die Tartfalle dann der Rät ist. Also jetzt habe ich ausgeschalten. Ja, ich muss einschalten. Dann schalte ich die ein. Dann schalte ich die ein. Ich habe jetzt die Zangen da, dass ich das richten kann. Natürlich nicht. Keine Zangen mit. Schauen wir jetzt einmal mit dem Motion Sensor. Ja. Also der passt ja wohl, dass das so ist. Sofort und ausgelöst. Ich habe es einfach ausgelöst. Okay, soweit. Von der Seite passt es her. Schauen wir mal. Jetzt machen wir meinen Testversuch. Gesundheit passt. Na, der muss, dass wir später sein. Aber einer geht, oder? Ja. Und geht noch. Ah, Ding. Warte, wir müssen einmal die Zangen holen. Das machen wir mit der Zangen richten. Und dann fahren wir schnell zum Händler. Und dann beendet man den Stream. In dem Effekt einmal für nächste Ding herrichten. Und der kommt schon. So. Was ist meine Zange? Da ist meine Zange. So. Was habe ich zum Händler zum Verkaufen? Pff. Na, das ist nicht. Was nehmen wir mal? Verschossen habe ich. Warte, das gehen wir zurück. Ja, ich passte eh richtig. So. Das gehen wir da zurück. Das gehen wir da zurück. Das gehen wir da zurück. Kappelstern gehen wir. Okay, komm her. Kappelstern. Gehen wir da rein. Vier Leder. Nein, das könnte man verkaufen. Wie viel Leder haben wir überhaupt? Pff. Dann verkaufen wir auch das 70 Leder. Vielleicht kriegen wir endlich einmal für einen Erdbohrer. Das ist wirklich wichtig, dass ihr einen ähnlichen Erdbohrer habt. Das kommt dort zurück. So. Spitzhacke. Jetzt haben wir noch 13. Ich habe jetzt nicht mehr gehabt. Okay, 13 Fleisch. Das Fleisch verkauf ich nicht. Das geht nicht zu mir dazu. Aber das könnte man auch verkaufen. 100 Fleisch brauche ich nicht. 100 Fleisch brauche ich nicht. 100 Fleisch brauche ich nicht. mit 32 Ding und den geschmiedeten Stahl und geschmiedetes Eisen. Fett brauchen wir immer wieder. Wir haben eh viel zu wenig. Das lassen wir da. Das machen wir so. Das Motorrad hat glaube ich da eingesteckt. Okay. Ist egal. Und die haben wir jetzt die. Ich nehme einmal 10. 124 ist zu viel. Nehmen wir mal 62 Meter. Egal. Wir haben eh 434. Da haben wir eh genug. Mein Motorrad muss ich dann natürlich austauschen. Das verkaufen wir auf jeden Fall. Sieben Getränke. Den Helm. Höchstungswert plus 15. Nehmen wir gleich. 3 oder? Dann wird der verkauft. Aber. Die müssen wir rausnehmen. Licht Mod. Reingangs Mod. Und für. Oder hämmen sie den auf. Ja. Den hämmen sie auf. So machen wir das. Alles. Und. Wir müssen natürlich jetzt einmal wieder zurückgehen. Es schaut sofort mit mir aus. Es wird Helm verändern. Ein Hemmlicht Mod nur. Ach. Gehen. Nein. Dann kalt mir sie den. Dann nehmen wir sie den. Dann nehmen wir sie den. Und. Nochmal zurück jetzt. Da gehe ich jetzt mal rein. Dann lasse ich den. Auf jeden Fall. Das ist besser. Und. Die. Verkauf ich nicht. Der E2000. Die nehme ich mit. Falls wir was. Dann nehmen wir. Dann nehmen wir 10.000 mit. Falls wir wirklich was haben. Falls wir wirklich mehr haben. Zum kaufen. Das wird verkauft. Das wird verkauft. Das wird verkauft. Das bleibt da. Das bleibt da. Das bleibt da. Das lasse ich. Das wird verkauft. Die Einzelbatterie. Das wird verkauft. Das. Verkauft Mal. Oben. Das schmilzt Mal. Das ist auch falsch drinnen. Das kommt. Da rein. Die Dinge müssen wir nach vorne tragen. Das Messen. Zum Essen sollten wir auch gleich eine Maier nehmen. Aber die Wanter. dann eh was, ich hab dann eh was eingelagert. Messing kommt da rein. So, da haben wir den Holz habe ich so viel, okay, Geld können wir verkaufen, das nehmen wir gleich, benutzen, das lassen wir da, das nehmen wir mit, das können wir verkaufen, das nehmen wir mit, das habe ich glaube ich auch irgendwo gescrippt, nutzen, verkaufen, weg damit, skrippen, so, passt, spring rüber, das schaffen wir natürlich nicht, dass wir da drüber springen, auf 10 oder 11, auf zum Händler und dann, was mein Motorrad jetzt, er war eh da auf 8, aber ist glaube eh leer, passt okay, war ein ruhiger Blutmond, das, was er aber noch nicht versteht, warum, dass wir die, ja, müssen wir komplett so machen, die kommen mehr nur von hinten rein und das ärgert mich, wahrscheinlich muss ich her, geben die Mauern, das hab ich keine Chance, dann geht die komplette Regen, weg bis rauf, aber, das machen wir dann theoretisch in off stream, eh, was was denn so für ein Blödsinn, so, vor gerade, bitte weiter, so, wir sind jetzt beim Händler, ich hab es für dich, ich hab es für dich, so, Das wird verkauft für dich, das wird verkauft, das wird verkauft, das kann ich immer, das wird verkauft, das wird verkauft, 205 altes Geld wird verkauft, das wird verkauft, verkaufen, 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 die können mir, so, alle 82 verkaufen, bleibt bei mir, bleibt bei mir, bleibt da bei mir, das kann verkauft werden, das bleibt da bei mir, so, wie ist da jetzt die Knochen, nix, den schenke ich da, bisschen geordnet, ja, geordnet, passt so, was hast du jetzt für mich im Programm, ich will, Erdbohrer, super, die neuerliche Villa wird ja gerade verkauft, Pflastersteine, ja, können wir, die Pflastersteine, können wir selber kaufen, wie viel, ja, für 40 ist es günstig, was haben wir noch, Brasser, Ballkabel selbst, Handfeuer, brauchen wir, Lederpanzer, brauchen wir alles nicht, das gehen wir da weg, die Nummer meist, habe ich selbst, brauche ich nicht, brauche ich Zement, kann ich da immer gerne abkaufen, Munition, wo hast du Munition bitte, Schießpulver, äh, wie tausend, aber weißt du, kaufen wir es, kauf ich da auch, Panzerbrechende Munition, ne, hast du keinem Jogos Muffin, nehme ich da auf jeden Fall mit, kurzes Eisenraub, brauche ich nicht, 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 brauche ich alles, ab, brauche ich mich mal zum einschmelzen, muss ich mich nicht, zu Tode, hacken, weil ich immer noch, kein Erdballer habe, ehrlich gesagt, Haltseile genug, da hab ich da gerade verkauft, da hab ich da alles gerade verkauft, hast du wirklich kaum Munition für mich, gezinkten Klima mod, habe ich selbst, schwach, wirklich sehr, sehr schwach, 32, 121 Stück, zu wenig, zu wenig, Lautsprecher für Glühbirne, ne, kennt natürlich dann, aber die Glühbirne kann man selbst machen, Klaus habe ich genug, Papier auf jeden Fall, weiter, kauf ich da alles ab, weil ich brauche es für den Schrot, ob jetzt war, noch 150, 62, passt dann eh genau, das ist, okay, weiß ich nicht, was das ist, ein Fahrrad um 5000, das war für ein, für ein, was schon was gewesen, Fahrrad brauche ich keines, Schrotflinken, Edenschnappel, Mord brauche ich auch nicht, geschmittetes Eisen habe ich genug, Hittrakette brauche ich auch nicht, Magenfalls Strecker wieder verkauft, ne, fürst du nicht für mich gewesen, was hast du Aufgaben für mich, nur immer die zwei auch drinnen, so, keine Ahnung, was du da bist, also warte einmal, einzeigen, einzeigen, ihn, da, okay, so, immer ein bisschen umladen, sonst geht das nicht, sonst finden ich nichts, das kommt drüber, das kommt drüber, den Schnurr muss ich bei heute machen, einmal zwei kommen rüber, das kommt drüber, ja, die vierte, da, da nicht reicht, kommt drüber, kommt drüber, da rüber, den nehmen wir jetzt, das kommt drüber, das kommt drüber, das kommt drüber, 20, mehr wird nicht gekauft, das kommt drüber, bringen wir es zum reparieren, ja, ok, die Schrottflinten, aber sonst, Spitzhache kommt drüber, jetzt passt's, das kommt drüber, das kommt drüber, jetzt passt's, auf geht's zum Händler, komm, Benzin habe ich glaube ich eher genug, aber 44% müsste dann hier ausreichen, brauchen wir dann ein bisschen mehr dann, den Händlern, dann beginnen wir, und dann beendern wir das Ganze, im Endeffekt, das darf nicht so lange dauern, weil sonst, die Sitze können sie mal anschauen, das machen wir noch gemeinsam, ansonsten ist dann Schluss für heute, ja, ich komme jetzt nötig bei mir vorbei, keine Frage, aber, darf ich wissen, wo du bist? ok, nicht weitere Blocks nur mehr entfernt, Eisen, ok, schön und gut, jetzt müsste es irgendwo in der Nähe sein, oder? irgendwo da, irgendwo da, da ist es doch, oder? na, immer weiter, ich sehe kein Pfeil, hinten, ok, auf der hinteren Seite, so, Shotgun, aufladen, aufladen, ist aufgeladen, eh, ich hätte noch, ich trottel hätte nicht vorlooten sollen, weil da hätte ich nur die zwei Mal, ok, im nächsten Mal, schaue drauf, dass ich das aufpasse, in der Schmerztablette, brauchen wir eh immer wieder, drinnen bleiben, bin ich drinnen, ich weiß gar nicht, wo er reinkommen soll, da geht es rein, ok, guten Tag, komm, 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 dacke, bitte, ein Kaffee, auch da 20 Minuten, ok, oh, da bricht es durch alles, was muss ich eigentlich, Fahrrad des Rivers suchen, das Riverdale, das hätte jetzt aber noch nichts gewesen, zum Verkaufen, zum Scrapen, tja, sicher jetzt halber noch einmal, ob da irgendwas frei gewesen ist, da versteckt, nein, da ist jetzt nichts versteckt, dass er das da durchbrüchte, was haben wir denn da eigentlich, Schafel habe ich mit, ja, Schafel habe ich da, weiter machen wir das so, und geben auf jeden Fall die, na komm, na komm, jetzt, da, versteckt sich einer, weißt du, gar nicht gesehen, können wir immer brauchen, können wir verkaufen, 35, das war es aber jetzt, ja, so, Shotgun, und runter, und runter, da, da, ja, da, der käme noch lassen ich muss ok Die Donderbüchse können wir auf jeden Fall verkaufen, das braucht kein Mensch. Ich muss runter in Kale, Leute. Nichts drinnen. Bitte was setzen da? Ach, was ist versteckt? Da müssen wir verkaufen, Brille verkaufen. Weg mit dir da. Da, der Nächste. Nachladen, nachladen. Was packst du immer zum Nachladen? So lang. Das ist ein Witz. Da, draußen. Okay, egal. Was ist das? Holt, Holt und Dekimema brauchen. Ah, der braucht schon wieder Infektionsmittel. Und der N-Funktioner wäre auch. Da geht's dann runter. Ja, können wir immer brauchen. Das ärgert mich, wenn ich verdrassen wegkomme. Komm. Jetzt hat er kein Alarmen da, oder? Holzrahmen, passt. Nimm mal zwei. Und... Jetzt setzen wir sich jetzt selber da rein. Das reicht. So, Hacker. Ecke, das vergiss. Das Papier brauchen wir auf jeden Fall. Da ist was. Ja, Schalter verkaufen wir nicht. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Was ist da drinnen versteckt? Wow. Können wir alles brauchen. Das können wir verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Oder Skrippen. Es sind beiden schönen Skrippen. So, vier Plätze in der Freie. Das können wir auch Skrippen. Das ist leer, das ist leer. Sonst ist ja da nichts an, oder? So. Nee, egal. Jetzt den Keller runter. Guten Tag. Da ist sicherlich wustrendesweise. Sie sind nicht dafür. So. 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 Ich habe weder keine Medizin mit dabei. Okay, Schmerztabletten, nimmer gleich. Und Honeg habe ich auch vergessen. Ich brauche die gescheite Waffen, die da, das ist mir lieber. Ich glaube, das habe ich schon einmal gehabt. Ist auch mal sicher, wenn noch nicht, das darf einmal. Da geht es wieder rauf. Ah, okay. Dann gehen wir durch. Brauchen wir mit. Brauchen wir auch mit. Nimmer gleich benutzen. Dann die Schaufel. Was ist da drinnen versteckt? Ja, okay, wir brauchen. Nimmer gleich. Wo ist der Load versteckt? Gut. Nägel. Scrapt man. Scrapt man. Ja, nimmer mit. Da ist versteckt. So, gefunden. Ja. Nehmen wir mit. Bisschen. Bisschen Zement. Kann mir schaden. Was ich hoffe, muss ich nicht produzieren. Das passt dann jetzt schon. Ja, Kohle. Ja, vielleicht nehmen wir das noch mit. Ich habe zwei Stärkere. Ich habe zwei Stärkere. Ich habe vier Stärkere. Bitte sehr. Aber jetzt im. Nein, wo ist denn bitte? Nein, ich sehe nicht mehr die Spitzhacke. Das ist gescheit. Jetzt nix leichter. Nehmen wir das. Das ist besser. Bitte jetzt gehen wir nicht. So. Papier, Chemie wir brauchen. Ruhe mit dir da. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Und den Zementen nehmen wir auch mit. So. Das ist leer. Das ist leer. Da hinten sind jetzt nichts mehr gewesen. Ja, klar ist aber gleich alles. Da geht es nicht drauf. Das ist auch leer. So. Wir sind jetzt alles fertig. Oben gibt es ja nichts, oder? Achso. Da habe ich nicht nichts untersucht. Zerlegen. Benutzen. Das machen wir eh mit. Ich hoffe ich kann jetzt keine zwei mit. Zwei leere, zwei volle. Drei leere, zwei. Mit dort. Einen. Was muss los werden. Was kann jetzt los werden. Ich sehe gar, ich kann ja nicht laufen laufen. Ein 6er Schlaumschlüssel. Ist das besser als meiner? 29, 26, den skräpen wir. Jetzt haben wir da wieder Wasser, das kann man brauchen. Das war es dann schon, oder? Leer, 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 alles leer. Ok, was haben wir denn da? Nichts drinnen. Ich glaube da ist aber auch nichts drin, oder? Ja, nein. Auch nichts. Ich habe die Mülltonne vergessen. Ist er hier. Ja, das können wir gegessen. Das benutze ich. Hundefutter nehmen wir. Ist alles leer jetzt. Stofffetzen brauchen wir keine. Kohle nehmen wir mit. Auch im Bild nichts versteckt. Was ist dahinter versteckt? Was ist das gewesen? Ja, der Kämpfersecke durch. Da kommt, da kommt mir nirgendwo rauf. Naja. Ja, die Dose. Ich weiß nicht, ich habe so nichts zum Sammeln. Jetzt gehen wir raus. Auf zum Motorrad, das ist sicherlich. Und das. In Funktion immer seinen Honig kaufen. Die Infektion muss er heilen. Auf jeden Fall. Wasser bauen wir dann eh nicht. Und dann nehmen wir da drüben rechts das Haus. Wasser kann man sich denn auch noch holen. Vielleicht hat es einen Honig. Der liebe Händler. Und die Händlerin. Ich bin durstig. Ja, scheint gut. Ich habe aber weh genug Wasser damit. Jetzt nicht. Ich bin gerade auf dem Motorrad. Was fühlen wir denn da für ein Blödsinn? Da fahren wir gleich rein. So, ich habe was für dich zum Verkaufen, was bittest du mir an, Eisenschaffel, Eisenpostpanzel, Magazinvergrößerungsmarkt, den nehme ich auf jeden Fall mit und ich will aber ein bisschen was verkaufen, was ich nehme ich, das will ich loswerden, das will ich loswerden, das wüsst nicht, das wüsst nicht, das will ich loswerden, die Dreiecke hat mir, die Spitze hat mir, das schenke ich dir, ich verkaufe das, das könnte man, das verkaufe ich dir, das verkaufe ich auch, den Mod gehört mir, gut und das verkaufe ich auf jeden Fall, das könnte ich mir, das verkaufe ich dir, das wird auch verkauft, 6er brauche ich nicht, wird verkauft, das kriegst auch, das können wir, das können wir, das ist mein 6er, ja, Stoffwitzen können wir immer noch ein wenig verbauen, so, nein, 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 ich bin noch nicht fertig, noch nicht fertig, noch nicht fertig, was gehört dir? die weiß ich jetzt nicht weiß ich jetzt nicht die kann man da dazu ich brauche Honig ach, vergiss nichts, das gibt sie nicht nichts, wirklich nichts, messen Kaffee auf jeden Fall, das Kaffee da ab, kohle Kaffee da ab, hast du nichts für mich? ich brauche bitte Antibiotika, oder Honig? ich brauche bitte Antibiotika, oder Honig? ne oder frühost zu gehen er mit hat der die 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 sie rom Was zum Trinken brauche ich auch noch. Also manchmal denke ich mir, was da für ein blödsinnter Zaunfwurst. Weckle, boah. Okay, springen wir drüber, also wo ist das, bringt eh nix, kommen wir da wenigstens hin, wenn jetzt ich stirbe, geht es um kein Bast, auf jeden Fall Honig, Honig, Honig und dann ist Schluss. Achso, bei Erste Hilfe ist das, passt, was haben wir zum Auslagern, nee, geht das aber nicht zum Auslagern, da ist eigentlich eh nix da, oder? Ja. Wäschst. Ja. Ja. Ja... Na ja... Na ja... Nö... Na ja... So, bitte was war das jetzt? Komm, weiß es genau, ist mir das jetzt leer? Was ist das leer? Wer war jetzt da drin? Keine Ahnung. Ich trete ja ab, das nervt sonst. Der Hase. Ja, warte mal, mein liebes Hasi. Ja, der sitzt weg. Ich setze ihn ab, ausschalten. Mal herrichten. Verstärken also mal da. So. Passt, weiß verstärkt jetzt. Geh mal rein. Machen Schlüsse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen kommt es weiter. Der Beineck zum Plumpen und wird übertragen. Ich schau dir jetzt nicht kurz. Zeige es natürlich. Die Game Stage. Ähm. Nicht das, sondern das. Auch nicht das. Die Belohnung habe ich jetzt abgeholt. Ja. Oder? Ja, habe ich abgeholt. Was sind die Game Stage? Das ist meine... Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wo die Game Stage ist. So. Game Stage 128 Level 57. 2819 Kills. Selbst 40 mehr gestorben. Jo. Zombies waren eher wenig, finde ich. Oder viel. Die Heilung geht dann eh wieder zurück. Das passt. Vielen Dank fürs Zuschauen bis morgen. Oder bis übermorgen. Ich weiß nicht wann. Zumindest irgendwann. Das ist dann die Staffel 6 der Blutmund. Version 11. 6-3 Frames ist egal. Danke fürs Zuschauen. Don't forget to follow.